UNTERTITELUNG Feuer! Scharfe Soße, bitte! Schweine! Hey, ich bin's, Red. Willkommen zurück auf der Vogelinsel. Ich bin natürlich immer noch ein Held. Und im Krieg mit Leonard und den Schweinen... Das könnte ein bisschen zwicken! ...ist kein Ende in Sicht. Ihr blöden Vögel! Tja, Schweine und Vögel werden wohl immer Feinde bleiben. Hallo! Ich komme in Frieden! Oh, shit. Red, ich weiß, wir waren nicht immer einer Meinung. Aber wir haben entdeckt, dass es eine dritte Insel gibt. Aktiviert die Wasser! Sie planen uns alle zu vernichten. Und jetzt kommt der gruselige Teil. Wir müssen unsere Differenzen vergessen und zusammenarbeiten. Verkarteierst du mich? Jeder von euch wurde ausgewählt, weil ihr die Besten seid. Die wir finden konnten. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Das wollte mein Assistent hier gerade sagen. Assistent? Du bist der Assistent! Was los? Nein, 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 nein! Okay. Grundstruppe 9! Was? Echt jetzt? Okay, Leute, packen wir es an. Das ist es? Das Wahnsinns-Team, für das ich rund um die Uhr geschuftet habe? Voll die Enttäuschung. We run this! We run this! We run this. Check dieistoire. Bravo! Ich schluss immer.